Ja, ja hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Flash, diesmal mit dem allseits bekannten Angry Birds. Ja, und das gibt es jetzt auch online. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein ja muss ich etwa den Turm noch zum Einstürzen bringen ja wie soll das geht nein so ach komm ich hab wahrscheinlich schon ein bisschen gespielt auf der seite nein, fehl, Rattery ach komm ach komm ach komm ach komm ach komm ach die macht einfach ein Ohrwurm die Melodie einfach ab ich lass es nur bei der original und jahua ich glaub yes tschuldigung tschuldigung ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Let's Flash dann mit dem Spiel Angry Birds Rio Version ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Let's Flash tschuldigung 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 tschuldigung